Ich kläre jedes Verbrechen auf, mit dem ich mich beschäftige und befreie die Welt von einem kriminellen Subjekt. Aber ich tue das, weil ich es kann. Genauer gesagt, weil ich es nicht anders kann. Mr. Holmes, ich brauche Ihre Hilfe. Sollte heute auf unserer berühmten Baker Street ein Verbrechen geschehen, werde ich es vor Ihnen entdecken. Sie sind ein kluger Mann, das ist in ganz London bekannt. Die Frau mit dem roten Cape, ist sie Ihnen bekannt? Wachen Sie auf Watson. Mich hat diese Frau beobachtet. Besuchen Sie uns, Mr. Holmes, wenn Sie sich in unser Theater trauen. Das ist eigentlich kein richtiges Theater, oder? Kommen die Herren zu unserer Show? Eine Falle also. Holmes, ich zerstöre dich! Sie können nicht behaupten, das Leben langweile Sie nicht nach gestern Abend. Vielleicht wäre es besser, wenn Sie nicht mehr zu uns ins Theater kommen. Damit sich die Herren rundherum wohlfühlen, werden wir ein betörendes Elixier durch unser Allegra Theater wehen lassen. Der Nebel wird unser größter Gegner sein. Und nun können Sie machen, was Sie wollen. Mord. Und das direkt vor meinen Augen. Was sind die Fachkräfte vom Kämmertigen Berger 3 Untertitelung des ZDF, 2020